Hallo liebe Leute, heute ist mein 25. Tag hier in der Reha-Klinik in Berkeshügel. Es ist Montag und ich hatte die normalen Therapien heute, was ich euch auch ein bisschen angedeutet habe. Ich habe heute das Endgespräch von meiner Psychotherapeutin gehabt. Sie hat mir ein paar Fragebögen mit in die Hand gegeben, die ich bis Ende der Woche ausfüllen soll. Hat mir ein paar Hinweise gegeben, was passiert nach der Reha. Also hat mir ein paar Adressen gegeben, wo ich reinschauen soll und mich anmelden soll. Aber das erzähle ich euch nochmal ein anderes Mal konkreter. Ja, jedenfalls bin ich jetzt hier, genieße noch die Abendsonne. Habe gedacht, ich stelle mich mal hier auf einen anderen Balkon. Also ist hier so eine schöne Terrasse und wollte euch mal so ein bisschen die andere Seite von der Klinik mal zeigen, was möglich ist. So, ist das schön. Ansonsten lasse ich jetzt den Abend langsam ausgleiten. Wir sehen uns morgen. Habt einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Ciao, ciao.